Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu noch einem neuen Video. Ich mache das jetzt gerade, weil ich gerade sehnsüchtig auf den blöden Postboten warte. Ich habe nämlich eigentlich vor, ein Haul abzudrehen, in dem ich so meine neuesten Sachen zeige, die hier so rumliegen. Nicht viel, ihr kennt das ja immer, ne? Aber ich möchte die Sachen, weil das kommt heute, steht da auf jeden Fall im Internet geschrieben, dass es heute kommt. So, und ich warte und warte und dachte mir, dann mache ich direkt ein Video davon, aber es gibt nichts, ne? Ist nichts da. Und dann dachte ich mir, filme ich einfach meine Backup-Sachen im Badezimmer weiter ab und ich habe euch gerade meine Lockenprodukte gezeigt, was ich da noch so für meine Locken habe. Das, was ich euch jetzt zeige, ist definitiv auch irgendwo für meine Locken, aber die machen in dem Sinne keine Locken. Die unterstützen das nur. Naja, oder es ist halt Teil 2. Ja, und zwar fange ich am besten erstmal an mit zwei Produkten, die wahrscheinlich ziemlich vielen etwas sagen würden, sollten. Und zwar das Gattubi Schmusekatze. Auch zwei verschiedene, ne? Ich habe total oft zwei verschiedene, also eine ältere und eine neuere Variante da drin. Kann man irgendwo sehen, von wann die sind? Ich weiß nicht, hier steht eins und da steht zwei. Ich gucke mir einfach mal die, äh, im Moment die Reihe an, die, ähm, im Moment aktuell draußen ist. Aber ich glaube, das hier ist die aktuelle Flasche und das hier ist die ältere, glaube ich. Gehe ich ganz stark von aus. Die habe ich einmal Trash-Päckchen und einmal in so ein Paket, glaube ich, im Kleiderkreisel oder so bekommen. Ich finde die, äh, ganz okay. Ich mag diesen Geruch ja sehr. Das ist, ähm, sehr oldschool. Das riecht für mich total nach, ähm, früher, weil ich hatte diese Lotion damals schon als 20-Jährige. Das ist immerhin schon 13 Jahre her. Und, ähm, ich mag diesen Geruch sehr gerne. Und, ähm, ich hatte das, ich habe vor kurzem eine davon leer gemacht und habe die dafür benutzt, dass ich die halt, wenn ich meine Haare gewaschen hatte, dass ich mir das dann halt so in den nassen Haaren reingetan habe und damit geschlafen habe. Und es hat ganz gut was mit meinen Haaren angestellt. Also es hat die schön geschmeidig gemacht und so. Ähm, ja. Sonst hätte ich es auch schon abgegeben, wenn die nichts wären. Ähm, was haben wir denn noch Schönes? Ich habe hier Bad Hat Produkte, wie beim letzten Mal, bei meinem anderen Video. Und zwar habe ich, ich glaube, das habe ich vor kurzem schon leer gemacht. Und zwar ist das von Bad Hat das Control Freak. Entschuldigung, meine Nase läuft ein wenig, tut mir leid. Ähm, ich will das nicht mal hochziehen, aber... Ähm, ja. Auf jeden Fall ist das so ein Produkt, was Ewigkeiten hält. Also, äh, ich tue das halt gerne rein, wenn mit meinen Haaren gar nichts mehr geht. Und, ähm, ich habe aber gar keinen Bock habe, die Haare zu waschen. Dann mache ich da eine ordentliche Portion rein. Dann sind die wie so ein bisschen feucht. Und schön dann halt ein bisschen Lockencreme mische ich damit. Und, ähm, dann diffuse ich meine Locken. Und dann kann ich damit auch nochmal auf die Straße gehen. Also es ist halt so ein SOS-Mittel für mich. Ich muss ja eben doch meine Nase putzen. Ja, ja, DHL. Ach, kennt ihr dieses Facebook-Bild? Wenn so eine Katze zwischen den Lamellen so durchguckt und steht da drunter, ich will nicht auf ein Paket von DHL warte oder was auch immer. Oder auf pizza.de, Lieferando oder worauf man auf immer wartet. Dann, das habe ich vor kurzem in einem Haul gezeigt. Das hatte ich auch im Kleiderkreisel ergattert. Ich benutze, ich kaufe mir sowas ja gerne im Kleiderkreisel, weil diese Produkte sind um die 20, 22 Euro, wenn man die kauft. Selbst im Friseurbedarf sind die relativ teuer. Und, ähm, im Kleiderkreisel, wenn ich das tausche, finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Und, ähm, ja, das ist wohl, äh, eine Rundumpflege. Kann dein Haar versiegeln, glätten und schützen. So, und glatte Produkte sind für meine Haare genauso cool wie Lockenprodukte. Nicht ganz so cool. Aber, wenn ich die da rein tue und dann halt diffuse, immer, immer diffuser, nie richtig mit dem Föhn dran gehen, dann, ähm, dann passt das immer ganz gut. Und, äh, das, ja, und das habe ich noch nie gehabt. Aber das wird auf jeden Fall ausprobiert. Ich habe übrigens heute diesen, ähm, kann man das sehen? Ähm, diesen Lidschatten drauf von Essence. Total, ich bin gerade total von einer Reihe hier. Aber, ähm, ich finde den ganz cool. Äh, ist ja so ein Blue-Brown-mäßiges Tönchen. Aber, ich hatte den gestern schon drauf und der hat voll gecreased. Heute habe ich da jetzt mal diesen, ähm, von NYX den Waterproof Alchide Base drauf getan und so in der Hoffnung, dass das läuft. Weil ich finde die Farbe sehr schön. Äh, ja, gut, ähm, ich habe weiter. Ich habe weiter. Ähm, was nehmen wir denn? Nehmen wir. Da, 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 da mal. Dann habe ich von Glisskur. Das sieht so aus, hätte ich es schon verwendet. Ist bestimmt auch schon verwendet. Dann muss ich das mal weiter benutzen. Und zwar ist das die Repair Style & Care Creme. Schütz vor Haarbruch. Das ist halt ein Produkt, das tue ich dann einfach in die Haare. Das hatte ich schon mal, zwei, dreimal. Das tue ich dann einfach in die Haare rein. Und, ähm, es pflegt und gibt Halt. Also, wenn ich dann halt, dann brauche ich nicht mehr ganz so viel Lockencreme da rein zu tun. Ne, wie der Diffuser. Ihr könnt das Wort nicht mehr hören. Sorry, ja. Nennen wir ihn Mr. D. Ja, dann benutze ich Mr. D. Und, ähm, ja. Also, es gibt halt viele Wege, die nach Rom führen. Also, Rom sind dann die Locken, ne. Dann habe ich hier, das habe ich noch nicht ausprobiert, ist das von TK Maxx. Das ist jetzt wieder so eine Sache, wenn das nämlich funktioniert, weiß man nicht, woher es ist. Man kriegt genau wie mein Bio-Keratin-Locken-Creme gerade. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich das herkriegen kann. Ich, immer wenn ich mal bei TK Maxx bin, das kommt so einmal in anderthalb Monaten vor, wenn es hochkommt, dann gucke ich da immer nach. Aber, hab meistens Pech. Ja, und zwar Keratina. Ich glaube, das ist sogar von der gleichen Firma wie das eine. Ist das ein Treatment. Und zwar, ähm, Anti-Frizz-Treatment. Und, ja, das schauen wir mal, ob das das bringt, ne. Das ist relativ flüssig, so ein bisschen wie so eine Art Serum fühlt sich das an, wenn man da so, wenn man das so ein bisschen wippelt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Gucken wir mal. Hatte ich auf jeden Fall von TK Maxx. Das weiß ich noch. Genauso wie das hier, das ist auch von TK Maxx, ähm, ist halt Argan, also Argan Hair. Das ist ein Serum, auch Keratin-Serum. Und, äh, Keratin soll ja sehr gut für die Haare sein. Habe ich gehört. Ich bin ja überhaupt nicht, was das angeht, so, ähm, hier der Pro. Aber, ähm, habe ich gehört. Und das habe ich schon ein paar Mal verwendet. Ich kann natürlich allerdings nicht mehr sagen, wie ich es fand. Aber ich glaube, ich fand die Konsistenz ziemlich cool. Dann habe ich das ausgetaucht gegen irgendwas anderem, was ich gerade neu hatte, wahrscheinlich. Ähm, dann habe ich zwei Friss Ease-Produkte. Und das eine ist auch benutzt, hat es wahrscheinlich auch wieder weggetan. Und zwar von Friss Ease. Das ist dieses hier. Ihr seht, das ist ungefähr bis hierhin voll. Und diese Haarbändiger sind ja megamäßig. Aber auch megamäßig teuer. Die Dinger, die kosten, glaube ich, 15 Euro. Und da ist drin 50 Milliliter. Das ist nix. Aber ja gut, es gibt ja auch noch Herr Doktor und die sind noch teurer. Und natürlich sind die auch voll gepumpt mit Silikonen wahrscheinlich, ne. Aber es sind wahrscheinlich die guten Silikonen, die auch den Locken gut tun. Also für meinen Locken tut Friss Ease gut. Ist halt so. Aber ich glaube, Friss Ease, das ist so, ähm, die Lockensachen, die sind tatsächlich auch wirklich nur für solche Locken. Und nicht für, ähm, gewelltes Haar. Ich glaube, man muss dafür schon so eine Struktur haben, die das Schwere, was das Haarshampoo und so hergibt, dass es nach unten zieht, ähm, dass das gebraucht wird in den Haaren. Aber wenn ihr wirklich nur so leichte Wellen habt und die dann total rausgezogen werden, ähm, durch das Schwere in den Produkten, ähm, dann wird das nichts für euch sein. Habe ich jetzt schon ein paar Mal mit Zuschauern drüber geredet. So, und zwar habe ich hier noch die unendliche Geschmeidigkeit. Das ist der Anti-Frizz Primer. Der ist auch ziemlich gut. Den habe ich halt eine Zeit lang auch immer vor meiner Hair-Plopping-Methode, die ich nicht immer anwende, aber doch ab und zu mal, weil die einfach besser ist für die Haare, ähm, habe ich dann immer reingetan. Und ich finde das auch wirklich sehr gut, die, das Produkt hier, das habe ich, ähm, mir gekauft. Da war das im Angebot für, ich glaube, 7,99 oder sowas. Weil normalerweise kostet das auch das Doppelte. Dann haben wir jetzt noch, ähm, nehmen wir erstmal die beiden hier. Oh. So. Dann habe ich hier noch zwei Produkte von, ähm, Action. Die gibt es da zu kaufen. Die sind nämlich mit Arganöl. Die sind sehr gut. Allerdings für Action-Verhältnisse relativ preisintensiv, nenne ich es jetzt mal. Die kosten nämlich, also das hier, glaube ich, kostet 3 Euro um den Dreh, was ich trotzdem günstig finde. Allerdings, ich rede jetzt von Action-Verhältnissen. Das ist halt so, jammer und auf hohem Niveau, was ich ja gerade tue. Aber ich finde, ähm, das ist echt schön. Vor allem 75 Milliliter, ähm, hat halt wieder diesen, diesen Mechanismus, wenn du drückst, dass es nach oben geschoben wird. Dass halt auch kein Produkt drin bleibt und so. Mag ich sehr gerne auch die Wirkung davon. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mehr so häufig kaufe. Wahrscheinlich, weil ich, ähm, genug habe, ne. Und das hier finde ich auch mal ganz cool. Das habe ich sogar mal als Locken-Creme benutzt. Und zwar ist es halt eine, ähm, ja, Kontroll-Creme. Fand ich, finde ich auch ziemlich gut. Ähm, ist halt auch mit Arganöl. Lässt man halt in den Haaren drin. Und, ähm, jetzt muss ich mal nochmal dran riechen. Riecht sehr seifig, angenehm. Ähm, ja, also wenn ihr auch so trockene, strohiges Haar wie habt, wie ich, oder ein Action der Nähe habt, ne. Nichts wie hin dort. Von Hegron nennt sich die Marke. Und dann habe ich genau, das tue ich mal schon mal an der Seite. Von wem hatte ich das? Das war in einem Tauschpäckchen oder im Trashpäckchen? Oder? Ist ja derselbe. Oder das hat die Corinna mir zugeschickt. Ähm, ja. Und zwar von Kerastars, ein Produkt. Schaut mal, das wird wahrscheinlich, ne, geht von der, ah. Ja, Blendfaktor gerade nicht so, ne. Ich habe keine Ahnung, so sieht das aus. Und, ähm, das ist halt so eine Flasche. Das habe ich auch noch nicht verwendet. Das ist, ich muss das mal, ich muss das mal demnächst googeln, bevor ich das verwende. Ach so, hier steht was. Widerstandskraft und glanzes Haar. Sorgfältig Handtuch trocknen. Zwei Tropfen feines Haar oder vier Tropfen normales oder kräftiges Haar. Also ich brauche acht. Des Serums am Haaransatz auftragen. Ein Tropfen. Einmaliges Drücken der Pipette. Ohne ausspülen. Okay, das probieren wir dann auf jeden Fall aus. Ich habe es bisher noch nicht verwendet. Mal gucken, wie das riecht. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Sehr, sehr, also so. Ich mag ja dieses saubere, anstatt Kokos, Kakao und Fruchtbecher auf dem Kopf zu haben. Was ich auch noch habe, ist von Darf, ist das schwerelose Öl. Genau. Das habe ich schon mal aufgebraucht. Ist ein richtig tolles Produkt, wie ich finde. Aber ich glaube, da war das noch eine Glasflasche, als ich das noch hatte. Ja, finde ich ein sehr gutes Produkt. Und das ihr da natürlich auch verwendet, wenn es denn soweit ist. Post. Ja gut, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Voll oder so. Ciao. Ciao.